brauchen sie bestimmt noch so nächste halt hallöchen und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal schön dass du da bist eigentlich bräuchte man auch so ein stapler drauf so abfahrts altes sägewerk bretter lange bretter bretter und holzbeier obwohl das andere noch ein bisschen brauche das soll also ja wie gesagt ich hoffe ihr habt einen schönen startenden mittwoch gehabt mitte der mitte der woche kündigt ja fast schon anders was da wochenende ist da hat sich ja schon einiges getan da wären wir aber schon viel viel früher fertig mit der ganzen der forstwirtschaft naja klar ich mein wenn man jetzt noch dazu sagen wird wenn der schnee weg wäre dann hätten wir auf jeden fall besseres potenzial aber so sind wir jetzt erst mal so gefangen macht ja auch nix hoppala aber wie sagt man so schön schi am morgen vertreibt kummer und sorgen so jetzt fahren wir hier rein das war einfach eine straße aber da müssen wir hin das ist hier passiert also es war ja ich ha 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 Gut. Retter. Dann liefern wir euch aus. So. So. Und los, los. Echt? Ja, genau. Ja. Naja, aber ich hoffe man darf mit der Achterbahn fahren, weil das will ich mir ja, habe ich noch nicht rausgefunden, ob das funktioniert, aber ich hoffe es halt doch, ich hoffe es halt doch, wenn hier auch was schön ist, aber wenigstens können wir mal einen ordentlichen Transport abliefern, nehmen wir mit dem Trecker und dem Dolly, da bist du ja nur noch so unterwegs, auf allem lange. Na, sie nimmt langsam Gestalt an. Kann man eigentlich auch nochmal ein schönes Screenshot machen. Obwohl mir lieber der, der Deutz da besser wäre. Sie sind mit dem Trecker. Das ist eine Schauspielerung für den Hüssen. Sie ist bei der Dunkel. Sie sind mit dem Trecker und der Däuser. They sind mit dem Trecker und der Däuser. Sie sind mit der Däuser. Sie sind mit dem Trecker und der Däuser. Sie ist mit dem Trecker und der Däuser. Die werden voll. Nächste Lieferung. Achterbahn. Dann schauen wir mal. Ne, brauner Treffengeländer, ok. Das ist knapp, da rein. Ne, braun die. 32. 32. Versage. Kann ich doch mal packen. Dann gehen wir den Rest bei den... ...wieder bei den Fliesen ab, weil ich glaube so viel... So viel ist es hier, nehmen wir 20.000. Dann hätten wir auch das... Ja, wir müssen natürlich wieder im Weg sein, ne? Ei, ei, ei. Auch voll. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Will nicht da durchkommen. Junge, Junge, Junge. Trotzdem Tränen. So. Dann haben wir das fertig. Und die lange Bretter machen. Dann machen wir das hier. So, dann brauchen wir noch die langen Bretter. Das darf mal fertig sein. Zumindest was es beliefern betrifft. So. So, da brauche ich noch das fahren. Das ist ja noch nichts hier. Das war da... Knapp. Das war da knapp. Hätte ich gleich wieder fliegen gelernt, oder? So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut Endes Gefühle sein soll Abfahrt Dringend benötigte Lieferung für Werft Mein Boot für die Abschiedsfahrt Nein Macht ja auch dann richtig Spaß Das war jetzt nur noch Spaziergefahren Aber Schöne Arbeit kommt immer danach Vor allem wenn man dann kleiner Ein Käfchen braucht Aber Leute ich freue mich heute echt auf ACC Ich freue mich richtig drauf Wo ich brauche für Das Rennen am Samstag ein komplett anderes Setup Ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen trainiert Ich habe wirklich gestern Abend noch mal ein bisschen trainiert Also kommen auf dem Server beim Huma HW HW Also der erste Martin V12 Das ist Boah Nicht mehr wieder zu erkennen Ne Also auf Brand Hedge Eine ganz schlechte Eine ganz schlechte Fahrt So schlecht bin ich noch nie Nach langem bin ich noch nicht mehr gefahren Höhen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So Brauen die nix mehr Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen Bis dahin, habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Bartalo, ciao ciao Ich wollte doch gerade schon sagen, haben wir Leute Bis zum nächsten Mal